Promi Big Brother Late Night. Zur zweiten Staffel jetzt völlig neu, gab es vorher nicht, beziehungsweise nicht in der ersten Staffel, nicht zu Promi Big Brother. Ein ähnliches Format gab es schon mal zu einigen, oder ich glaube nur einer, ich weiß es gar nicht, aber ich glaube es war die ersten zwei, drei, also normal Big Brother Staffeln gab es da schon mal, das hieß glaube ich Nachtfalke, war auch mit dem Jochen, hatte ich damals aber nicht geschaut, das war mir dann ein bisschen too much Big Brother, aber jetzt wo eigentlich Big Brother nicht mehr so oft läuft, finde ich eigentlich ganz gut, dass man dann hier nochmal, hinten dran nochmal ein Big Brother Format hat, wo ein bisschen gelästert und dies und das wird. Und ja, von daher dachte ich mir, muss ich natürlich auch meine Meinung dazu breit treten. Erstes Problem an der Sendung ist, ja, also die Sendung läuft, überschneidet sich mit der Webshow, also meistens hat man so, ich sag jetzt mal, da ja das Hauptformat schon immer schön ordentlich überzieht, das sollte eigentlich ursprünglich nur eine Stunde gehen, geht meistens eigentlich eine Stunde 40, eine Stunde 50, dann noch etwa 20, 22, 23 Minuten Webshow dran, da hat man hier bei dem Ding eigentlich meistens die ersten fünf Minuten oder sogar ersten 15 Minuten der Late-Night-Show eigentlich schon verpasst. Das ist schon mal scheiße gelöst. Dann muss man auch sagen, ich meine, der Jochen an sich, also im Dschungel fand ich ihn ganz cool und an sich und so, aber wie er wirklich da ablästert und was auch teilweise für Blödsinn und Unsinn der von sich gibt, er macht sich unsympathisch und diese Melissa Kalajalo, Kalajalo, ich weiß ja nicht, wie man das ausspricht, also die ist wirklich scheiße, also da fragt man sich, aus welchem Viva-Loch die gekrochen ist, also die hat ja gar nichts verloren, also wirklich Katastrophe an Moderatoren, ganz schlimm und schrecklich, also das kann man wegstreichen und vielleicht irgendwie jemanden da hinsetzen, der ein bisschen lustiger ist oder sowas, oder der wirklich, also da könnten sie ruhig die Cindy und den Ingo noch hinsetzen besser, also muss man nicht sagen, Jochen geht so, aber er bräuchte halt irgendwie noch einen gescheiten Co-Moderator oder Co-Moderatorin, also hier der FM Stöckel war ja letztens da zu Gast, der wäre viel besser da geeignet als diese Melissa, ganz schrecklich, ganz schlimm finde ich unmöglich, also die müsste man austauschen, und der Jochen, also er macht sich ein bisschen unsympathisch, wie er sich da verhält, aber okay, ist ja nun mal ein Läster-Format, ähm, okay, okay, äh, aber diese Melissa, das geht gar nicht, die ist schrecklich und schlecht, des Weiteren haben die da oft irgendwelche Tonprobleme, oder die Kameraprobleme, also das wirkt sehr, alles sehr dilettantisch gemacht, wirklich schlecht, und, ähm, ähm, was gut ist an der Sendung, die schalten relativ oft ins, ähm, ja, live rein ins Haus, gerade denn, wenn halt, ja, wo er dieses Hoch und Runter, ähm, der Kandidaten stattgefunden hat, und dann ja gerade Gespräche stattfinden, ist es eigentlich mal ganz interessant, sozusagen, äh, was da so passiert, das finde ich auf jeden Fall gut, ähm, blöd ist, äh, die Clips, die dort gezeigt werden, von, von vergangenem Geschehen im Haus, äh, die hat man alle schon in der Show gesehen, oft ist es aber auch so, oder beziehungsweise ab und zu mal so, dass halt, äh, Clips, die man jetzt nicht geschafft hat, in der Show zu zeigen, werden dann auf jeden Fall in der Late-Night-Show gezeigt, das auf jeden Fall gut, aber an sich sozusagen, in der Richtung lohnt es sich nicht besonders, also extra produziert wird da kein Clip, also wirklich billigst produziertes Format, ähm, das eigentliche Highlight sind wirklich diese Live-Reinschnitte, also die Moderatoren an sich zusammen nicht sonderlich lustig, selten mal ein guter Spruch, wenn dann ist sozusagen eigentlich noch, äh, der Gizmo vom Jochen, also der Hund vom Jochen, äh, noch unterhaltsamer als die zwei zusammen, äh, äh, die da moderieren, äh, und was eigentlich so richtig ist, das Haupt, äh, ja wirklich, die Hauptabtraktion, schweres Wort, Hauptattraktion der Sendung, ist eigentlich der Gast, der da kommt, also der Sendungsgast, der Showgast, oder wie man das nennen möchte, das ist eigentlich immer gut, das bringt eigentlich Pfeffer und Würze rein, aber die Moderatoren selber, scheitlich, ähm, nix für produziert, unlustig, ohne Ende, ähm, ja, also da hätte man auch andere hinsetzen können, aber, ich will nicht meckern, äh, Promi Big Brother, beziehungsweise eigentlich haben wir ja gemeckert, aber, ich gucke es mir trotzdem an, weil er halt live reingeschnitten wird, und meist ein interessanter Gast ist, und, ähm, da ja Big Brother nicht mehr so oft im Jahr kommt, und wir halt nur noch so zwei Wochen Promi Big Brother kriegen, ist natürlich gut, wenn man in den zwei Wochen noch ein bisschen mehr Sendeformat kriegt, sozusagen, äh, damit man so an die Durststrecke bis zum nächsten Promi Big Brother überstehen kann. Also kurzum, beschissene Sendung, beschissene Sendezeit, beschissene, ja, Moderatoren, beschissenes Produktionsteam, beschissene Gag-Schreiber, aber haben die wahrscheinlich, haben die nicht mal welche, ähm, beschissene produzierte Clips, weil sie einfach gar keine haben, denn das Einzige, das lohnt sich wirklich, weil halt live ins Haus geschalten wird, und hoch, relativ hochkarätige Gäste, also jetzt für Leute, die sich dieses Big Brother Zeug antun, so wie ich, relativ hochkarätig, unterhaltsam, aber, ja, also, bitte, nächste Staffel, tauscht wenigstens die Olle gegen eine Gescheite aus, die lustig ist, produziert da Clips für die Sendung, damit es sich lohnt, da reinzuschalten, also, damit, mit dem, also so wie es jetzt gemacht wird, gewinnt man nicht wirklich einen Blumentopf.